ja ich bin hier bei einer unserer alten höhlen bei den alten jo alter vater so hier ist sackgasse da will ich aber nicht hin ich gehe die war ja und da hätte ich auch noch gehen können mal gucken was da noch gibt die höhle gefunden die mine kommst du mit oder bleibt wir kommen am besten hier hinten bei der lava oder unten bei der lava da war doch so ein kleiner wasserfall den einfach hochschwimmen die durch diese kleine deckenöffnung fast da bist du am lappi vorbei ist dein schriftzug nur ein bisschen schneller ja da keine luft mehr extra hoch gebaut für ein stück eisen ne wir müssen da drüben ach da gedacht ich nehme noch mal den kleinen abschluss hier habe ich die toilette unterspüren lassen ja macht man ja so kommt denn da jetzt hin am schlimmsten doch so gut und dann nimm mit moins 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 ich bin wem da gibt es bestimmt spinnen ich bin der mine so eine scheiße ich habe doch angst vor spinnen echt nö ich sage es nur ach denn ist ja gut damit ich irgendeinen blödsinn zu erzählen habe aber darf keiner wissen verdammt nur habe ich sie aufgenommen so eine scheiße so ich bin nö oh 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 häh nix ratet jetzt hier lang iedz gw míd da alter halter kerze hin ja uiuiuiuiui ach tu hast die kiste bestimmt schon aller pflasterstein und kiesring nehmen wir natürlich mit das wegelchen und die schiene kohle dass ich jetzt vier mal in ruhe auch der eisenspitzhacke von zufälligerweise hat es doch kürbiskerne mal zurück und denn ich soll zurück wirsten lang da und hier ich bin hier drin immer wieder zum anfang der mine gehen wir zum anfang der mine ja uns hoch gebaut haben oder wie warte stopp zurück hoch hoch mit dir hoch mit dir guck mal rechts hinten rum in den raum schummler du bist ein schummler da wiss ich nie weil ein schummler ist meiner 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 alter wie viel wagen stehen hier rum wieso wie viel in der weitermasse ist jetzt noch einer den gerade plünder hier drei wagen aber ich jetzt die vier waren das war gold habe ich ja das war gold das war gold aber jetzt hier das kommentar disco mit meiner maus richtung da war den nebengang eisen abbauen gemein ist nach dem spiel sound über meinen boxen zu laufen und ich höre gerade ja nicht wenn ich habe meinen spiel sound auch über den fernseher also über meine mein bildschirm laufen ich gehört aber ein bisschen lauter gemacht sagt er läuft er mir hier sagt doch mal so gut fahrt ja hier super guck mal hier ist so eine große kieswand da ist doch irgendwas dahinter ich wusste klickt dann h ist ja ein lauer kerl wenn sie nicht zwischen mir und meine schienen wird wort aber dennoch wieder da immer hier alter weiter ich war ja klar na denn so hatte ich denn die hatte ich mich zieg mich ein bisschen holz mobsen für eine kleine werkbank schon wieder lauer war drüben ist auch eisen und dann wo muss ich denn da ich hier gold mit ihnen ja hier ist noch mal gold dann noch mal mit ihm ziemlich hoch bauen gold verklaube ich denke ich glaube wir haben uns mittlerweile schon irgendwie so ein bisschen verloben können ja nix neu kommt bei uns öfter mal vor macht euch keine sorgen der hat kohle liegen lassen aber der kohle vorbeigangen auch die blöde so spaß die alter kannst du nicht an kohle vorbei rennen pause ja schon ab so durch durch zufall einfach mal auch kürbis gerne einfach mal irgendwo durchgeplumpst und durch blöden zufall noch so noch ein wagen noch ein wagen noch ein wagen gefunden mal dass da mir lohnt gerne nehmen wir mal auch mit überhaupt kennen kennen spawner hier war ja warte mal ab kann ja noch gehen ob gehen viel kein gar nichts anderes dann los hier er ist mir aufgefallen zurzeit kommen hier sehr wenig fliecher oder auch wenn wir mal nachts gebaut haben und so viel fackeln haben wir ja gar nicht aufgestellt deswegen ist hier nicht ganz normal heute traut rosen worten die hin hier alter ist die füge ja nicht aggressiv verwalter doch auf normal gestellt aber wir beide sind ja nicht normal das ist eine ganz andere sache ja naja aber vielleicht bist du muschi jetzt eigentlich hin ich komme ich hier einfach mal hier und da und dann links und hoch dann mal wieder runter und dann war ich hier da kannst du nur den türken hier brabbel ablassen und sag doch mal wo du ein wagen nimm die wagen wenigstens mit obwohl die wagen nicht unbedingt aber die trufe die kann man sich auch schnell selber machen nein kann man nicht noch klar nein kann man nicht kann man ja wohl da kann man eben doch da sage ich doch so war es nicht gerade hier und dann bist du denn jetzt bin hier aber wo ich bin hier ich höre dich aber wo bist du hier alter mich verarschen alter ich komme hier denn da hier erschreckt mich nicht so alter drecksack dreckige schiff doch fast gesagt dreckige schiff was machst du jetzt kohle dachte buddelt sagen wir nur so lang ja genau habe ich aber naja gut und so kann ich mit dir spielen alter ja du bist mir im weg gelaufen du hast ich werde die schienen einsammeln ja deswegen müssen auch die wagen abbauen heute 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 ich habe mich durchgeblitzt ist eine kleine leuchter ich glaube ich war aber auch ich wollte gerade sagen hier ist auch noch eisen ja dass die wege mal so gleich sind kohle 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 wasser wasser aussch wasser marsch in den einlauf wollte ich jetzt hier nicht nein das mit dem wasser ich mir hier gerade so ein bisschen auf den sack musste von binken nie ja nierkult erz abbauen und hat mich nicht erz abbauen lassen nicht immer wieder weg geschwemmt hat nachdach gucke gleich tja da hab ich bin gerade im tennier und du bist da dann die killer Eiseeeen Eiseeeen Da gibts mir Eiseeeen Eiseeeen Eiseen Eiseen Handelt hier einmal ringsherum Ja Soviel verarsche Höhle Hier gibts noch weiter Wieder mit Wasser Eisee Mit Wasser Eisee 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 Hier jetzt natürlich Direkt mal weiter Kult Na nu Wer ist denn hier Versteckt So 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 Äh Schon wieder Ich will der Eisee Ich will doch nur dort Eisen Gibt mir doch das Eisen Es geht meine Axt kaputt meine Hacke Ja Was ist denn das für eine geile Höhle hier Die geht in Spiralform nach oben Und endet in der Sackgasse Super Aber hier kann ich abkürzen Tüten Tüten Oh gucke mal Hier ist ja Lava Kann ich mal ein bisschen was entsorgen Warum geht denn das hier immer noch nicht Mal ein bisschen was entsorgen Oh gucke mal Der Krieger Der Krieger So Die Lohren brauchen wir Mach doch nicht die Lava weg Mensch Na Dreh dich ein Loch und schmeiß da rein Meine ja Nein Ich mach das hier Nö Machst du eben nicht mehr Doch Mach ich eben doch Alter wenn du das jetzt weg machst Ja Ja Mach ich Da ist Eisen Was zeug denn mit deinem Blödsinn Der Bauer hat das Eisen Nö Da rennt da ja irgendein Creeper rin Und nimmt die ganzen Lohren mit Hahahaha Was machst du Alter Das war doch Absicht Ja Ich musste das ja auch weg machen Damit ich selber vorbeikomme Ola Musstest dich auch nicht Oh Oh Wir sind reich Eisen 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 Wir sind aber für Diamanten Schon ein bisschen zu hoch Schnuckelchen Ja Ziemlich weit oben Wir sind ja schon bei 50 Okay Sackersee Wollen wir uns so Freibudel Ey Was denn sieht hier Sand? Ja Ja da waren gerade Ich hab jetzt noch gedacht Da könnte Da war noch vorher Sand stellen Aber ich hab gedacht Ja das war der Fehler Ja Ja genau Ja genau Dass du dann noch drin Gebuddelt hast Ja Ach ich schwimme hier einfach mit Oh la la Warte ich will auch Ja 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 Eine Rutschbahn Yippie Yippiey 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 Du kriegst alles ab Ich dachte jetzt nimm deine Zeug mit Hahaha Ja siehst du wie es wohl der Fehler war Näh Ja an dir Du Lumpen du Näh Wenn wir überall schon Können wir eigentlich Hier zurück gehen Ja Hier sind wir Hier geht weiter Können wir weiter gucken Kann ich auch nochmal los nehmen Ja Wenn ich kann genau halt wegschmeißen Ja So Theoretisch Ist das möglich Nicht Lass mich doch mal hier Lang Mensch Meine Fresse Deine nicht Na toll Hätte man so sparen können Nimm die Fackel wohl mit Und die auch Meine Behaltig Das ist übrigens der gleiche Schmur wo du gerade lang Ne War ähnlicher Mist Zuerk Zurück zu Kuchen Wo es hier noch so ist Uiui ui 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 halt da war denn meine modell mit verrückt auch so musste mal mit ihr reden mit deiner maus du so geht das aber nicht kannst doch nicht einfach so was du hast doch monster ausgestellt oder so nie im leben da bist du dir sicher ja ich habe ja nicht verstellt kann ich sein dass wir nicht mal ein viel über den weg ist ja keine fackeln gut ok die 1 war easy ok war normal so ich habe jetzt noch mal auf normal gesetzt hat lasst uns mal überraschen lasst dich überrasch bin ich auch mal gespannt war komisch ist ja oder wo ist meins steht mein name drauf und ein sattel und das war mal vorbei hier stärke führt fährt stärke 5 so oh jetzt runter runter ist hier sind noch bahn schienen also waren wir hier noch nicht so eine sackkasse mit eisen sagt aber weisen dann ja war oben war es ja schon so ein bisschen jetzt bin ich hier im spinnennetz hängen geblieben ich auch so da 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 noch kein schmerz Reiko und Agamek Wow Wow Och nur so Wow Wow Jippie Au, Jippie E Hier steht hoch, hier steht wieder runter Und hier ist Eisen Meine Frösse, ist das eine Menge hier Na, ich würde sagen, dass wir mal langsam wieder zurückgehen, wa Weil ich bin voll, fast Wie voll? Ja, voll Ich kann doch wohl hier Steine rausschmeißen Ich brauche aber eigentlich Eigentlich bin ich ja losgezogen für Redstone Ein bisschen Redstone habe ich Einen halben Stack Oh, das sollte reichen Ist jetzt nicht viel, aber Ein bisschen reicht das, ja, wa Für ein bisschen Für ein bisschen? Für ein bisschen Und da ich jetzt wieder mal überhaupt keinen Plan habe, wo wir überhaupt noch sind Hier Schlag ich spontan vor, wir buddeln uns raus Oder was sagt Uschi Nella? Naja, nur Uschi Nella Kloppt hier noch ein bisschen Eisenabwatter gerade gesehen hat Ui Wenigstens hast du deinen neuen Namen angenommen So Ja, dann lass mal rausbuddeln Irgendwohin Was sagt bei dir Wo bist du denn jetzt hin? Ja, warte, ich wollte nochmal kicken Ich bin aber auch noch nicht lang gegangen, oder? Von hier So einen urich langen Weg Kann ich mich nicht alleine Nö, das ist eine Sackasse Hier ist Eisensein Und da Noch mehr Eisen So, jetzt haben wir das Problem Du bist irgendwo, wo ich nicht bin Naja, dann treppen wir uns gleich da Im Nebengang hier wahrscheinlich Warte, ich kann mich ja nicht daran erinnern, dass wir so lang lang geeiert sind Nö, ne Aber von hier sind wir gekommen Ja 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 Na komm Dann können wir ja da wieder hoch Ja So So Es ist noch nicht mal Wohl Hier geht es noch ein bisschen weiter Hier sind wir gekommen Ne, wir sind natürlich die Höhle gekommen Nicht hier, warte mal Komm mal hier nochmal kurz lang Ich hab das hier noch was Nee, warte Oh ja, Eisen Ich hab das hier Oh, was Ich hab was Ja, doch Ich hab doch Oh, Wasser Hier ist Wasser, Alter Wasser 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 Arsch Aber die sind es nicht Gar nichts Ich denke, ich muss mal was fressen Das ist noch mehr Wasser So, naja, dann lass uns mal zurück Oh, fressen Ja, das ist nur die Wir sind von hier unten gekümmt Hast du Hast du Warte, habe ich So kann man natürlich auch runter Wir sind auch von hier gekommen Hier Von hier Hä? Wo bist du denn jetzt hin? Hier Guckuck Na, hier ist Licht Also sind wir von hier gekommen Ja, ich wollte dem Wasserfall runterrutschen Hier Ach, stimmt Na, denn machen war der Rutsch Baby Hammer Oh, das Eisen Und Diamant, Alter Wo? Ach nee, ist das Grüne Das Blaue Zeug, wa? Ja, hier Lobby Scheiße Ja, ich muss mich erst an das Dings hier gewöhnen Ich muss mich erst an das Texturenpack von der Frau Honigball gewöhnen Ja, hier waren wir Und nun Da Da lang genau Da sehe ich auf der Mini-Karte den langen Stück Das war es bestimmt du Das war gut Alter Mir geht aber hochgeschwungen Ja Hier, 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 hier Alter, wir sind doch geil Eke, ja Was denn jetzt, ja? Einfach mal so ein paar fucking verschwenden Du bist ein alter Verschwender, bist du Oh, Kack, Lava hier Na, mach nur zu Hab ich ja Was siehst du? Weg, fast drin, gesprungen Hä? Ich geh grad blind Wo geht's nicht weiter? Hä? Sieht sich von außen neu in der Nähe und zugebaut jetzt hier, oder was? Ach hier Guck mal hier Alter, blind Fisch Blind Blind Fisch So, also was jetzt hier mit die Viecher, mit die Mops, mit die Creeper, mit die Skeletors Was mit denen los ist, ich wüsste auch gerne Hier ist ja nichts und niemand Ich geh'n blassen Schimmer Die Angst, ich krieg' dann vor dir Naja, wenn denn mehr vor dir Naja Das ist ja wohl klar Aber Ich glaub, die haben ja Fisch vor dir bekommen Weil ich so ein harter bin, ja Ich will Ich will Weil ich so einen harten ab Wegen deiner Hackfresse Nee Wahrscheinlich eher wegen deiner Ja Das mag wohl möglich sein Wo eher wegen deiner Fellfresse Hast du grad gelacht, du Vogel? Ja Das war's doch du selber, du Knallfisch, alter, der da gelacht hat So, da sind wir wieder Brauchen wir ja noch ein bisschen Sand ab Wir brauchen nämlich noch Glas Mach mal noch eine Truhe Hab ich ja schon Im neuen Keller gibt es eine Truhe Obwohl ich will später vielleicht nochmal ein eigenes Lagerhaus bauen Wo denn alles gelagert wird, naja Ohne automatische Verteilung So Würde ich sagen Geben wir erstmal eine Betten Machen wir erstmal hier einen Cut Ja, lass mich kurz die Sachen wegschmeißen Hier in die Kiste Ja, ja Fuck eben auch hier Weil wenn wir jetzt hier einen Cut machen Wieso hier wäre leistet Das war Eventuell gleich nochmal eine neue Aufnahme starten können Um Weiterzuspielen So, Lucky Wo bist du? Schmusebärchen, komm Ohne Klamotten So Ich muss natürlich mitten am Tage Aber ich bin so geschafft von der Buddle leider unten Ich kann einfach meine Ohren nicht mehr offen halten Und an Dauern Ich würde einfach sagen Wir hören uns gleich wieder Bis gleich Ja, bis gleich Bis gleich